Hallo Leute und Willkommen zurück zu Mafia 3. Was denn? Da schreit der erste doch auch schon gleich rum. Gut, wir füllen mal eben den Spritz aus und wir sind ja stehen geblieben hier in diesem Gebiet. Die Sachen wieder zu sammeln. In South Downs. Und da werden wir jetzt natürlich auch erstmal weitermachen. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. So, wir machen das erstmal wieder auf den Weg, ne? Und wir hoffen einfach. Ach, ich muss schon wieder aufpassen, dass ich die Musik hier nicht laufen lasse. Mist, da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Das heißt, ich muss mal eben kurz hier lang fahren. So. Gut, das große Sammeln kann weitergehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock aufs Sammeln. So, wo haben wir denn wieder was? Da hätten wir was. Die Frage. Ist da noch was anderes? Ja, da wird noch irgendwas in Blau dargestellt. So, Lincoln, komm. Komm, das haben wir schon. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kommen wir hier rein. Vielleicht durch dieses Tor. Man kann es einfach mal probieren. Gleich, aber auch nicht. Das wäre auch einfach zu einfach gewesen, ne? Okay, dann schauen wir uns erstmal... Da geht das nicht. Gleich von der Rückseite. Und hier ist schon wieder alles voll, Leute. Da hinten ist ein Wachposten. Den müssen wir auf... Den müssen wir auf jeden Fall eben jagen. Oh! Hä? Wie kommt der denn da auf einmal wieder hin? Nicht schießen. Nicht schießen. Fuck. Ist okay. Haben die andere das noch gar nicht mitbekommen? Hab einen entdeckt, Jungs! Na doch, doch, doch. Das haben sie. Wäre auch schon schön gewesen, oder? Was haben wir denn hier? Ja, wer weiß denn schon. Ein paar Kugeln, die in deine Richtung geflogen kommen. Was haben wir hier? Ich will nur den... Ich will nur das Teil zum Sammeln haben. Mehr will ich ja gar nicht haben. Dann lasse ich euch in Ruhe. Ja, wäre alles so viel einfacher. Wenn ihr mir einfach nur geben würdet, was ich haben möchte. So, aber durch diese ganzen grünen Sachen, die man hier einsammeln kann, habt mir jetzt nicht gerade so den richtigen Durchblick. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Wer? Ich hab ihn! Die ganze Scheiße, als wir ihm zu ver... Das ist doch der eigene Schuss! Wir haben unseren Jungs gekillt! Wow! Linken! Rein da! Munition ist alle! Ich hab ihn doch gesehen. So, noch irgendwo jemand? Bewegt euch hinter ihm! Da hinten versucht... Oh, ein Alarmposten! Das ist Arschloch auf 12! Hier fliegen gleich die Kugeln! Lecker schon! Aua! Aua, aua, aua! So! Das war nicht so geil! Mit diesem dummen Alarmposten auf! So! Feierabend hier! Äh, genau! Nehmen wir erstmal wieder... Äh, Adrenalinspritze! Der kann da unten ganz gemütlich weitermachen. Ich möchte eigentlich nur... Ach! Hier, guck! Da ist es doch! So! Unser Porträt zum Sammeln! Gut, dann haben wir das auch schon mal! Dann gehen wir hier noch rüber... Und dann... Da unten ist auch noch was! Da ist auch noch was! Ach, hey, Leute! Wo haben wir uns da bloß drauf eingelassen? Ich würde mal sagen, machen wir zuerst das hintere Gebiet, oder? Dann machen wir das schon mal durch! Oh, Mann! Wir haben noch so viel zu tun! So! Da war auch noch ein Wachposten, ey! Guckt euch das an! Das hätte noch richtig schief gehen können! So! Das haben wir auch! So, einmal nach draußen! Und da warten schon die nächsten, ey! Das kann doch nicht angehen, Leute! Echt! Ich glaube, wir haben Ärger! Ja? Meinst du? Bin mir da gar nicht so sicher, ob da wirklich viel Ärger hinter steckt! Scheiße! So, und ich sehe gerade... Ich muss noch mal ganz kurz den Stream beenden! Was ist denn da los? Jetzt bin lustig. Ich bin lustig. Ich bin lustig- Was ich sprecast.